Hier seht ihr die Episode 2 von unserem Making of von Hero Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Guten Tag alle zusammen, ich bin der Lars am Friedenkorps, wir sind ja heute am Set und wir drehen das zweite Friedenkorps-Video und erstmal muss ich sagen, es ist schweinend kalt hier, ich fiel mir ein Ast und ja, wir sind jetzt durch, ich habe einen böse gewicht verploppt, eine Frau gerettet, vom Stuhl gesprungen, also alles super und ja, jetzt haben wir es geschafft und wir freuen uns auf das Ergebnis, wir sehen uns noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bang, bang, big time Who is the hero? Bang, bang, the hero of video Bang, bang Bang, bang, for a big time Bang, bang, who is the bad boy? Bang, bang, who is gonna get that gun? Big time, who is the hero? The hero of video Oh, 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 oh! Hello, I'm Bad-Klaus Today we shoot a video to the song Hero On Video Ja, das sieht so aus. Mega geil. Mir ist kalt und was ihr hier seht, ist echt. Glaubt es mir. Ja, das ist schön. Oh, das war nicht selber manchmal. So, hallo, ich bin die Sonja Hanau. Ich bin heute das Opfer von Freedom Call. Wurde nur geknebelt und gefesselt. Und mir ging es ganz schlecht bei diesen komischen Typen. Aber ich lebe noch. Und ansonsten geht es mir ganz gut. Es ist sehr kalt hier, alles steht. Und es war eine coole Erfahrung, hier mal mitzuwirken. Euch noch viel Spaß! Etwa hier in diesem Video. Und das war wir heute. Weisdall! Weisdall! Vielen Dank.